Darf ich kurz mal was sagen? Und ich bin die ganze Runde mit Lucian und Jun rumgelaufen. Die waren irgendwie immer wieder da. Aber ich mein, ich kann's nicht... Emotional damage gewesen sein und Jun und Lucian... Äh, Lucian. Lucian waren bei mir, also kann's nur so gewesen sein, Sasam.